Willkommen zurück zu The Last of Us. Ich stehe jetzt seit 10 Minuten herum und der speichert das Spiel immer noch automatisch. Deswegen werde ich jetzt hier noch einen kleinen Part aufnehmen. 15 bis 20 Minuten, je nachdem. Und hoffe einfach mal, dass er es dann hinbekommt mit dem Speichern, weil das ist jetzt schon gerade wirklich sehr, sehr lang. Ich bin jetzt auch vorhin schon mal runtergelaufen, einfach so in der Hoffnung, dass er dann irgendwie speichert, aber das hat er auch nicht packt. Habe aber natürlich noch nichts. Befehle, Treffpunktbereich, patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Scheint ihm nicht so gelungen zu sein. Würde es jetzt funktionieren? Nein. Das gibt es doch nicht. Der speichert sich hier gerade irgendwie den Wolf hier. Gibt es ja gar nicht. Aus dem Weg, Tess. Komm. Arsch weg. Sag mal. Ich mach doch mal deinen Arsch hier weg. Hoch und rüber. Na, Polizei, Autos. Hey, das Rad ist ja wirklich hier gleich. Endspurt, Tess. Das freut mich. Ja, dann pack mal das jetzt hier auch noch bis ins Rad aus. Ähm, nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ich werde dafür bezahlt. Aber, ähm, ich will nicht bedanken. Ja, kein Ding. Oh, das sieht auch sehr, sehr, äh, schön aus. Moment. Ja. Wie Joel hier auch nass wird. Also wie das hier auch, ähm, dargestellt wird. Auch so eine nette Kleinigkeit. Haben sie auch schön hinbekommen. Dann machen wir mal Klopfi-Klopf. Nein. Nein, nein! Nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? Wie weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess! Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Pass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott! Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Verstecken. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Oh shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit. Aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein. Geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid. Ich... Ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Kommt weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh, verdammt. Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Stopp. Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh, scheiße, ey. Tess hat sich infiziert. Wurde erwischt. Das wird sie nicht überleben, jetzt den Angriff. Jetzt laufe einfach weiter. Aber sie hat gesagt, sie opfert sich. Hält sie auf. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Tess. Oh, scheiße. Tess ist tot. Den Anblick hätte ich mir jetzt eigentlich gerne erspart. Aber okay. Wir packen das schon. Oh. Nice. Ein Jagdgewehr. Finde ich cool. Wir kriegen das schon hin, Ellie. Keine Sorge. Ich seh in diesem Bereich noch. Du, geh nach da drüben. Oh, fuck. Mann, ey. Wir sind doch nicht in... Ne, okay. Ellie ist infiziert. Aber... Ach, dammit. Au. Au. Lass den Kopf unten. Ey, geh aus. Ah. Wow. Das sinkt in Alträumen. Ellie, komm her. Was sinkt das? Ach, Gott. Das will nicht. Ich mach mich mal in den Schuss. Wo sind sie? Komm schon, bleib doch... Au. What the fuck? Von hinten. Ey, du Sau. Du. Fuck, 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 fuck. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wo ist der hinter mir? Das dauert zu lang, das dauert zu lang. Alles wird gut, Ellie. Fuck. Oh, Mann. Lass den Kopf draußen. Nein, Jo. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Puh, okay. So, jetzt fühl ich mich ein bisschen sicherer. Komm, jetzt zeig deinen Kopf. Ey, das kippt's nicht. Ey, du miete Drecksau. Von hinten, ey. Was für ein Feigling. Okay, okay, okay. Ah, shit, ich hab kein Medikit mehr. Hat der was? Shit. Der hat nichts. Scheiße, ich brauch ein Medikit. Scheiße, 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 scheiße. Wo liegt hier irgendwas? Na, komm schon, Mann. Ich brauch irgendwas. Medikit. Da liegt was. Na, Ziegelsteiger. Was ist das? Pillen. Naja, auch nicht schlecht. Medikit wärmer trotzdem lieber. Oh, hier hätt ich wieder nen Prügelstock. Oh, ganz toll. So eine Scheiße. Okay, das gefällt mir gar nicht. Aber Ellie, ich pass auf dich auf. Keine Sorge. Es kann sich nur um Stunden handeln. Oh, fuck. Ellie. Mann. Wir haben die letzten zwei nicht gefunden. Es soll ein Kind dabei sein. Na und? Wir haben viele von uns getötet. Süden sicher. Weißt der Ausgang. Wir stehen. Okay, renn. Nein. Aus. Fui. Ah, fuck. Alter, wie trifft der aus der Entfernung, Alter? Au, 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 au. Oh, nein, 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 nein. Komm schon, komm schon. Go, 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 Joel. Oh, fuck. Okay, renn einfach weiter. Gut, Ellie. Weiter rennen, weiter rennen, weiter rennen. Kein Ziel, wiederholen, kein Ziel. Da drüben ist ein Soldat. Verstanden. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. reinatmen. Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Sehr toll. Okay, also Ellie ist echt immun gegen das Zeug. Warum auch immer. Aber sie könnte das alles beenden. Ellie. Oh, fuck. Ich suche hier. Schau dich da drüben um. Okay, wir müssen jetzt gucken, wie wir hier irgendwie durchkommen. Zwei Stück sind's. Was werden wir doch jetzt hinkriegen hier. Ich bin wirklich so unorthodox. Ich schleiche einfach nicht so gut. Oh, 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 okay. So weit, so gut. Ich glaube, wir können jetzt ein bisschen schneller laufen. Achso. Und es fällt schon was ein. Äh. Scheiße. Keine Ahnung. Warte, Ellie, ich suche irgendwas. Äh. Joel? Achso, er taucht. Okay. 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 Na, aber da kommt er nicht weiter. Äh. Puh, 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 puh. Wie machen wir das? Kriege ich Ellie jetzt hier rüber? Torren Exempter, ja. Oh. Okay, er schwimmt ein bisschen komisch. Puh, okay. Ellie? Mir geht's gut. Ach, da ist sie, okay. Alles klar, sie kommt auch mit vorwärts. Das ist sehr gut. Jetzt gedacht, wir müssen irgendwie das Wasser ablassen oder so. So, hier. Wieder ein Zettel. Schmugglernotiz. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street, neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und seine QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit zwei Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Nein, Ellie, ich lasse dich nicht hier. Keine Angst. Hab keine Angst, Kleiner. Komm schon, komm schon, komm schon, Joel. Du kannst nicht so lange die Luft anhalten, Mann. Komm. Komm. Okay, wir kriegen das hin. Oh, hier ist was. Ah, ein Fluss. Okay. Ey, durch diesen Dunst hier sehe ich auch kommen. Ich selbst mit Taschenlampe. Wo ist Ellie? Da. Wir haben nicht wirklich eine Wahl, Mädel. Oh. Ja. Vorsichtig. Schon gut. Alles gut, halt dich einfach nur gut fest. Kommst du da hoch? Oh. Ja, aber ich nicht. So eine Scheiße. Wie komme ich da hoch? Dann kommt er nicht hoch. Äh. Ich hab sie. Also, da vorne ist eine Leiter. Ja. Alles klar. Okay, nichts wie raus hier. Juhu. Nach oben. Frisch Luft. Hey, also. Ähm. Wegen Tess. Ich weiß nicht mehr, was. Okay, ich sag dir mal, wie's abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens. Erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Okay. Na bitte. Ja. Hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Oh, wow. Noch nie im Wald gewesen. Das ist heftig. Okay. Freunde. Er speichert immer noch automatisch. Das fasziniert mich ja immer wieder, ne? Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ich laufe jetzt hier noch ein paar Meter. Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Ja, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist fiesch total, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebensbar hier ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Wie nett, Joel. Das gibt's nicht. Also ich habe irgendwie jetzt Panik hier, dass der irgendwie das Spiel nicht mehr speichern kann. Das wäre nämlich sehr, sehr schlecht. Oder, ich weiß auch nicht, vielleicht braucht der einfach nur ewig, um das Spiel zu speichern. Ich laufe jetzt einfach noch ein bisschen. Dann gucken wir mal. Weil an einem Stück kann ich das Spiel auf keinen Fall durchspielen. Das geht nicht. Oh Mist. Wenn es zugesperrt ist, Joel, dann suchen wir uns einfach einen anderen Weg. Nein, da oben ist ein Stacheldart. Wir müssen irgendwie drumherum. Ich geh da mal hoch und seh mich um. Was ist denn das hier? Wieder so eine Brechstange. Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Erfordert. Schere, Klebeband, ein Schläger. Ja. Schafft er nicht. Okay, kommt er hier rein? Oh, halt, hier ist was. Okay, das müsste ich ja dann von da oben kriegen. Und dann müsste ich da rüber kommen. Also machen wir ab. бабula. Okay. Okay. Okay.